Nunn-Hinser-Wiespuppe schon wieder Hunger was ist denn mit mal groß sehr fettleibig oder was Amsrod klingt als hätte Erfahrung gesammelt etwas in dem Witz aber das schreibt aber wahr in Anführungszeichen Alkohol komm hier in sie wir konnten wer sehen jeder jeder kann doch revisit nie soothing liebes Tagebuch heute traf ich den hat dabei der dritte Prozent er hat gelandet wo sich der Scheiß sehr Kronk ist bestens beste Letzt Player den es gibt man warum guckst du ihn nicht an weil er nicht gefällt aber immerhin ist authentisch das muss zu lassen er ist gefallen ich schon gut ja aber gerade wenn wir es auch zu kurz und selber er ist wirklich gut da ich guck schon aus wie zu sagen aber ich muss jetzt nicht sagen dass sie in der abgültige Sprache guten Nacht Dynamo aber das war ja schon raus bei Dynamo ist das auch der Motschüsse da wartet keine Sekunden da geht einfach zack tschüss weiter ich hab eigentlich aber Dynamo ist eigentlich schon weg ich hab das selber nicht gerafft jetzt gerade also bei dem Sese gerade zwei Bromptos Degos Degos aber ansonsten hab ich die Kammer noch an ich weiß es kann ich bin hier rausgegangen Kammer 3 Puff ja ich hab die Kammer noch an Kammer Kammer dann hab ich mich jetzt verschrieben kann auch sein Kammer 3 Kammer ne ja bis ich verschrieben kann GEMA? Ob auch steht denn da die GEMA? hm? ich nur ne im Weg im Heim immer diese Eindeutungen wie ist das eigentlich mit den Musikrechten wenn du über YouTube Streams hast du 간단 ab? dann selber ja warte könnte man ja theoretisch äh ne ne разгon schäm actually zu sehen das habe ich ein Problem gemmi 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 mo auch whoen mor die werden alle überschätzt wen meinst du jetzt nix mal geschätzt kann das guter player kannst du mal der gute entertainer kannst du nichts dagegen sagen da weiß ganz genau was er macht oder macht es gut und das ist das ding und das authentisch da ist auch nicht irgendwie eine art und weise irgendeine art und weise film geil oder irgendwas also ich meine jeder will sein geld damit verdienen oder zumindest er oder die so groß sind so da würde ich auch gern ich würde auch gern viele views haben und dann sagen hey hier ja ein bisschen aber ist mir eigentlich im grunde genommen relativ schlag trotzdem meine videos weiter hoch seht ihr ja selber aber ich muss trotzdem sagen dass kronk eben noch auf dem boden geblieben ist ja was möchtest du jetzt sagen du möchtest mich jetzt wieder voll in den eier treten oder ich kenne dich doch du hast recht durch das vollkommen recht also ich mag noch also als willst du dich von ihm so gesehen haben wir aber nur gerade so große dass ich jetzt nicht versprochen hast warum da ich will auch kommen dass ein echter charakter wird voll autistisch und der wird überhaupt nicht überschätzt finde ich überhaupt nicht finde ich gut wer was anderes sagt der ist entweder nicht konkurrenzfähig oder oder hat halt irgendwie gerade es gibt halt geschmack obwohl ich sarazer obwohl ich sarazer noch mag ich auch eigentlich aber das geilste ist geilste ist ist wirklich einfach nur sarazer und kronk zusammen das ist das geilste es gibt ist so restos pro pestos hier ich brauche etwa hilfe jan janik ich bin grad bei dem see auf der 42 42 also hier soll zumindest sehen sein es ist ja irgendwie versteckt brauchen wir noch irgendwas anderes kristalle sammeln wird langsam langweilig ja ich suche mir gar einen drachen du suchst einen krachen ertragen krachen auch ans krachen kennst du das gehört dazu farben ja ja es hat sich langweilig jetzt ich müsste was anderes machen als dann macht er was anderes dann auch so richtig ich suche auch gerade einen kreis der irgendwo existieren soll genau drachen such doch mal drachen was machst du eigentlich sagst du zählst du dir schon wieder irgendwas anders selber hehehehe Sergeant 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 angetreten Möller 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 Oh Gott Aua 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 geh weg Molot Möller 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 Ist der überhaupt noch drin? Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Wer wäre stacking? Wer nimmt da alles auf? Ich Wann kommt denn der Drache oder Kiger? Ich weiß es doch nicht Amstrack, Mann Du siehst es doch selber auch Prozent da habe ich nicht fertig Prozent gelobt der Obatoxia würde er noch sie an und ist das Problem Prozent ich sage ja wenn 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 Möller und Giganoto findet außerhalb der Wüstenzone bin ich dabei aber leider ist ja dann die bütte ja nur du erter liebe satz müller abwesend ja wir waren natürlich draufsetzen naja das ist mir schon klar also ich bin jetzt bei dem see haben kann gefunden ob das alle gefunden entdeckten aber ansonsten nicht das hat schon gesagt das hat schon gesagt ich habe mit dem seite von einer bin ich voll also ich würde sagen ich würde sagen beim drachen beim drachen das ist doch doof man es war ja auch ein scherz soll ja und ich mache es noch eh nicht warum sollt und jetzt hast du gesagt macht er eh nicht das ist wie ein kleines kind wenn du sagst pass nicht auf den herz ganz toll der ganze armee level 1900 an dann bist du der erste dauer hast du einen kanal sein selber was das schon wieder von der aussage ist keine ahnung was das sein soll wo bin ich denn ach du scheiße hier ist nichts hier ist weder ein drache noch ein giganoto noch sonst irgendwas aber dieser adler hier ist das mega auf stamina getrimmt ich kann ja übelst lang fliegen das sind adler an sich die kriegst du eigentlich so gut wie nicht platt ach komm mal die fresse hast du mal den party parts gesehen wo ich hier gesucht habe mit links tragen mit salzchen und dynamo wie diese scheiß fischer ständig ich stamina sammeln musste also erzählen wir doch kein pferd hier vom pferd ja du laber fisch also ich hatte mit meinen die probleme meine hat aber auch immer so ungefähr 1000 was hast du gepimpt ich bin völlig falsch gepflegt ich bin völlig falsch gepflegt wasser richtig völlig falsch gepflegt er war die flogenheit gibt es nicht also jetzt alles vor der hacke dort kann ich hinzu das pferd und wir schlafen eine runde lalala was wird schon mit einer schlafen gehen falls ihr euch fragt warum ich den jetzt angreif ich habe keine ahnung achst du da ungel ich versuche ein pferd zu töten ok gibt es dann salami aber das hat so einen fetten Arsch das geht überhaupt nicht drauf das scheißvieh hey 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 kann das wie ich auch nichts will das ist alles genetisch ach Gott ich komm nicht durch den scheiß Wald ist das auch schon aufgefallen Rewano weil ich jetzt die ganze zeit bei jedem scheißpart achso Rewano hat geschrieben angegreift nur nur dinos an ohne scharfe zähne und weil ich jetzt die ganze zeit in jedem scheiß Session irgendein Vieh getötet habe oh shit ich muss mich zurückziehen warum stirbt das Vieh nicht alter was ist denn hier los warum steht da hinten mehr ja weil ma scheiße wäre mehr weil du die Karte noch auffasst achso Level 68 so schlimm ist er doch jetzt auch nicht wo seid ihr alle gerade auf dem Heimweg stopp dieses Drecks finde ich das gibt's doch gar nicht ich bin äh beim großen weißen Berg da in der Mitte jetzt ja mein ich bin grad hier bei der Höhle bleib da ich will dein Fleisch alter ich bin grad am Kristallfarben weißt du äh ach da ich sag mal so ich kann auch wie viel Kilo kann ich ja mitnehmen 20 Kilo kann ich mitnehmen ohne Verlangsamung ich hab den Quetzel im Schöpter alles klar ich helfe dir du hast gesagt du hast ganz viel Kristall gefunden wo war denn das mal direkt oben auf dem höchsten Punkt achso ich kann auch die Flagge mal mitnehmen 910 Büsche also ich krieg nicht immer oder hier unten was tue ich denn jetzt äh keine Ahnung auf was tue ich denn denn am besten kann ich lass uns wieder weg machen aber ich hab doch grad ein Level bekommen achso du alter ernsthaft das heißt ich bin von dem anderen Server die Einstellung gewohnt ich schlag grad auf den Kristall und krieg noch 7 Kristall raus äh ja äh Cheat-Server das ist halt normal du bist kein Cheat-Server na klar das ist ein Cheat-Server ja sehr farmfreundlich ja sehr farmfreundlich du willst auch mal was zu tun haben und wir musst halt mal ein bisschen wir haben es ja schon verdoppelt ja klar mit den Projekten die wir da haben es immer alle genug zu tun ey ja versuch mal deine Base giganotus sicher zu machen ja und hier läuft nix hä wie hier läuft nix ich riecht mal so ich geb dir nicht getötet keine Ahnung äh sorry äh ja wo bist du gerade kennst du Kuja welcher Kuja nö kenne ich nicht ähm wo bin ich da kenne ich nicht äh geht man da durch also wenn ich auf der Karte gut okay ich stelle den Vogel auf Heels äh es ist mein nie auf dem 40er ok wurde gemacht ja also 40 45 hallo nie Gott also ich kann dieses verband des Scheils wieder zerfleischen das kürze mich grad an auch ja und ich wollte jetzt links rüber zu dem ganz großen weißen Berg ein ganz großer weißer Berg der kann auch braun oder eine Traumel kackt haben boah ist Mr. Helm ist gar nicht mal so ist gar nicht mal so in Ordnung wollte ich grad sagen ne ist gar nicht mal so schlimm Mr. Helm muss ich sagen ist äh ist für mich persönlich auch ganz sympathisch muss ich sagen ja ja wo wieso wo wieso äh welchen also bei mir ist jetzt genau auf 40 40 und dann redest du nö sogar mich hm ich weiß nicht hm 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 warum bleibst du scheißvieh einfach nicht irgendwo sitzen warum nicht warum nicht weiß ich nicht das frag ich mich gerade ja wo ist das Quetzel weiß es auch nicht ach der heißt ja sogar geiserichs Vögelchen hab ich gar mit gerafft boah da ist ja 118 und ich komm gegen so ein was hast du gemacht mit dem Vieh ey da kann ja nicht äh ich hab so viel Dinamenten ein Freund dass ich gar nicht äh Diamantenkristalle dass ich gar nicht äh sagen wir mal ich wollte beim letzten beim letzten Fehler schon irgendwas überholen was holst du du willst den runterholen was einen holen na ist doch selber ne warte scheiße äh rum rum und was oben ja dann höll du da endlich meinen scheiß rum du bist schon tausend aufgestanden und hast aber noch gehen rum angebracht wann bin ich denn aufgestanden ich hab mit Pizzas reden mir der liebe Governor genau warte mal ich schreib dir mal ganz kurz an vielleicht hat der ja Bock bei unserem Ding zu hören warte mal vielleicht geht man jetzt ja live in der Sendung jemanden der bock hat hier vielleicht sogar bei unserem Trait mitzumachen oder hier mit der Governor wer ist denn Governor kann er was der Governor ist dead das hat er ich will erstmal ne aussagekräftige kräftige belärmung wer ist denn ja von mir auch auch rechts wer ist denn wer ist denn T-Rex wieso den kristalltuch in das schmitty ne das lustige sich hat man kollektisch mit ich habe irgendwie jetzt gerade gedacht wenn ich das aussprechen werde ich doch nichts falsch sagen gut er ist sogar Möller Stütz es hat einen Möller Verkleidungen das ist der Kurs u u das das stimmt aber das stinkt aber auch gleich Mero bis zu schon da die ich komme dann auch mal ein T-Rex guckt mich an alle Dekorscheid die Werner gibt hier läuft weiß jetzt hier wird es umsehen hier schön der herr der weiße geiserichs fügig ist frisch getamed da ist noch gar nicht klar ist der gelevelt oder wenn wir 118 das wird schon was gibt was gelevelte sein aber ich weiß es nicht muss nicht woher sieht man das ob das schon gelevelt ist gar nicht okay aber 118 kann eine sehr eine sehr eine sehr sehr gute Voraussetzung muss ich sagen warte mal ich hab jetzt nur bis zu Level 20 kannst du ja die Viecher frei finden und mit einem Perfect Taming Crystal Level 179 oder sowas also wenn alles klappt also von daher komm wir probieren es jetzt mal liebe Leute zack zack Gabel da rein zu kriegen oder was was gab man da rein zu bekommen du werden jetzt geschrien bei dir war das bei dir ein Mädel eine Frau da hat gerade eine Frau geredet hallo redet da mal mit mir ich rede mit euch krebs mein Gott nochmal ach so warte mal ich soll ja der ort gezeigt man soll ein treib mitnehmen zum zähmen ein treib mitnehmen das ist immer besser um bär zusammen bären zusammen ich habe hier die wir haben wir stehen jetzt ich habe hier wie heißt er denn ich habe hier die atalante hat er gehört gehört auf was ich die auf was ich die machen gewicht aber noch gewicht gewicht und bisschen live